Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über den unter dem Synonym Waldviertler bekannt gewordenen Hellseher aus Österreich. Er erlangte vor allem Bekanntheit durch seine angebliche Fähigkeit, zukünftige Ereignisse vorauszusehen. Seine Herkunft und er selbst als Person umgibt dabei etwas Nebulöses und Mysteriöses, da er trotz seiner selbst an verschiedenen Buchautoren und Theologen bekanntgegebenen Zukunftsvisionen stets darauf Wert legte, anonym zu bleiben. Die Details zu seiner Person und seinen Vorhersagen sind daher rätselhaft. Obwohl er eine feste Größe in den Erzählungen der Region ist, bleiben bis heute die Genauigkeit seiner Prophezeiungen Gegenstand von Spekulationen und persönlichen Interpretationen. Da sein Leben und seine Zukunftsvisionen sehr komplex waren, behandeln wir dies in einer zweiteiligen Videoreihe. Und nun geht's los mit Teil 1 über den Hellseher Waldviertler. Der Waldviertler Der Tod kommt von oben Über den als Waldviertler bekannt gewordenen Hellseher, der akribisch bemüht war, seine Identität geheim zu halten, gibt es nicht viele persönliche Daten. Er selbst nahm mit einigen Buchautoren und Forschern über paranormales Kontakt auf, um schriftlich über seine Zukunftsvisionen zu berichten. Diese sollten jedoch erst nach Zusicherung seiner gewünschten Anonymität veröffentlicht werden dürfen. Nach eigenen Darstellungen sei er 1938 geboren worden. Vom Beruf sei er nach eigenen Angaben Landwirt, alleinstehend und lebte, so der Stand 1979, mit seiner Mutter auf einem von ihm selbst bewirtschafteten Hof in der Region Waldviertel in Niederösterreich. Diese Region befindet sich nahe an der böhmischen Grenze, wie auch die Heimat des Sears-Stormberger, also ungefähr 30 Kilometer von der böhmischen Grenze entfernt. Seine Wahrnehmungen hat er hauptsächlich ab dem Alter von 21 Jahren ab ca. 1959 gehabt. Anfangs erschien ihm vieles, nach eigener Darstellung von dem, was er sah, als unglaubwürdig. Obwohl ihm sofort klar war, dass es sich dabei nicht um bloße Träume handelte. Erst als sich einige dieser Beobachtungen später tatsächlich ereigneten und ihn überzeugten, änderte er seine Einschätzung dazu. Die Visionen, so schilderte er es den von ihm angeschriebenen Autoren, hatte er immer fast kurz nachdem aufwachen. Und diese würden wie auf einer Kinoleinwand in ganz schnellen Abläufen vor seinen Inneren ablaufen. Er sähe sich dabei immer in dem jeweiligen von ihm vorausgesehenen Geschehen, so als wäre er ein Teil von dem Ganzen. So schilderte er es zum Beispiel in seinem Brief an Prof. Dr. Andreas Resch, der Ordenspriester, Theologe, Psychologe und Parawissenschaftler in Österreich ist. Vorausschicken möchten wir, dass nach Darstellung des Waldviertlers die von ihm miterlebten Visionen aus mehreren Teilen bestand. Erst der Schilderung eines kosmischen Funkenregens, der übergeht in eine Vision eines möglichen Raketenangriffs der Sowjetunion auf Deutschland. Kurze Auszüge und Zitate aus dem Brief des Waldviertlers an Prof. Resch. Zitat Und weiter mit den Schilderungen des Waldviertlers. Während die Sonne allmählich schwächer und schwächer wurde, wurde es herum immer dämmeriger. Man hatte dabei nicht den Eindruck, als werde die Sonne von einem kompakten Körper wie bei einer normalen Sonnenfinsternis verdeckt, sondern eher einer Art Nebel, der sich aber draußen im Weltraum befunden haben muss, denn in der Atmosphäre selbst herrschte klare Sicht. Während es ständig noch finsterer wurde, traten nun im Firmament langsam zunächst wenige, dann immer mehr Sterne hervor. Erst jetzt kam eine gewisse Hektik in unserer Gruppe auf, die Bewegungen der Leute wurden schneller und sie liefen durcheinander. Woher das Licht kam, weiß ich nicht. Sonnenlicht dürfte es aber keines gewesen sein. Unentwegt gegen den östlichen Himmel blickend, gewahrte ich, wie auf diesen nach einiger Zeit plötzlich massenhaft weiße Punkte sichtbar wurden. Zwischen dem Verlöschen der Sterne und dem Auftreten dieser Punkte mochten grob geschätzt vielleicht zehn Minuten vergangen sein. Es handelt sich vielmehr um eine Art Glutregen, der von Osten nach Westen ziehend sehr rasch ähnlich einem Hagelschauer über unser Gebiet niederging. Diese Objekte glühten zunächst weißlich, färbten sich aber dann im Verlauf ihres Fluges über gelblich auf rot. Zitat Ende. Er schilderte, dass sich lokal dabei einige Brandherde bildeten, die die Dorfgemeinschaft versuchten zu löschen. Seine Visionen gingen nach einer eigenen Schilderung vom Brief an Professor Resch dann noch etwas weiter. Zitat Waldviertler Als nächstes ist mir nur erinnerlich, dass ich mich ziemlich allein und wahrscheinlich in der Gegend von einem Bauern, den ich kannte, am nordöstlichen Dorfrand befand. Als ich von einem aus Norden bis Nordwesten kommenden Geräusch veranlasst wurde, mich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu werfen und den Kopf schützend mit den Händen zu bedecken. Das Geräusch klang wie eine weit entfernte Detonation und es kann sein, dass ich auch einen Lichtblitz wahrnahm. Warum ich mich auf den Boden warf, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in diesem Zusammenhang, jedoch könnte es auch ein wenig früher oder später gewesen sein, meine Erinnerungen sind da etwas undeutlich, nahm ich eine Bodenerschütterung wahr. Sie war relativ leicht und mochte einige Sekunden gedauert haben. In einer der letzten Szenen sah ich mich in unserem Dorf in die Richtung meines Anwesens gehen. An dieser Stelle war aber die Schauung noch nicht ganz zu Ende. Das bisher geschilderte betraf meine Erlebnisse am Funkenregentag von etwa 10 Uhr vormittags beziehungsweise 11 Uhr Sommerzeit bis irgendwann am Nachmittag, als ich wieder nach Hause ging. Nun aber schlossen sich einige kurze Szenen an, die Ereignisse einer späteren Zeit, vielleicht Stunden, Tage, Monate oder auch noch später, danach betrafen und ich nur mehr oder weniger vage mich erinnern kann. Und zwar habe ich in diesen Szenen Meldungen gehört, dass die Sowjetunion einen vermutlich kleineren Raketenangriff auf den Westen, wahrscheinlich auf die Bundesrepublik Deutschland, unternommen hat. Ob der Angriff mit konventionellen oder atomaren Waffen ausgetragen worden ist, weiß ich nicht. Ebenso wenig, ob er Menschenleben gefordert hat. Auf den Angriff, der mehr eine nervöse Kurzschlusshandlung als eine von langer Hand geplante Aktion gewesen sein schien, dürfte es keine unmittelbare militärische Reaktion des Westens gegeben haben. Ich weiß nichts davon, dass es zu einem Krieg geführt hätte. Der Raketenangriff muss auf irgendwelche Weise mit dem Funkenregen oder äußerstenfalls mit einer sonstigen Naturkatastrophe zusammengehangen haben. Denn in meinen Geschichten ist es immer so, dass die Ergebnisse innerhalb ein und derselben Vision thematisch irgendwie zusammengehören. Auch dann, wenn sie räumlich oder zeitlich weit voneinander entfernt sind. Nach diesen kurzen Szenen war die Vision endgültig aus. Interessant an diesen plastischen Visionen ist auch die Tatsache, wie der Waldviertler dies dann selbst noch versuchte, selbst einzuordnen und selbst zu deuten. Seiner eigenen Deutung nach erklärte sich der Waldviertler die erste Vision mit einem Funkenregen eines Kometen oder einem in der Stratosphäre stattfindenden möglichen Zusammenstoß zweier Himmelskörper und der damit einhergehenden Abregnung von Teilen auf die Erde. Als Zeitpunkt errechnete der Waldviertler nach eigenem Bekunden in dem Brief die von ihm zuvor gesichteten Sternenkonstellation und kam dabei auf das Ende der Getreideernte im August. Erschreckend an dieser sehr plastisch beschriebenen Visionen sind die Parallelen zu Alois Irlmeyers Prophezeiungen einer kosmischen Sichtung am Himmel, bevor die dreitägige Finsternis nach Irlmeyers Prophezeiungen eintreten würde. Seine Visionen machte der Waldviertler ungefähr zwischen 1959 bis 1976. Den genauen Zeitpunkt konnte er nicht benennen, da er zu diesem Zeitpunkt keine schriftlichen Aufzeichnungen dazu machte. Dies geschah erst sehr viel später, als er sich an verschiedenen Wissenschaftler, Theologen und Buchautoren wandte. Warum er nach dem Zeitpunkt von 1979 danach keine Visionen mehr hatte, darüber schwieg er sich aus. Merkwürdig erscheint es uns auch, dass es zum Waldviertler keinerlei Fotos gab, obwohl er nachweislich im Jahre 2001 im Rahmen einer Konferenz selbstpersönlich anwesend war. Im Zeitalter der modernen Fotografie ist es für uns nicht ganz vorstellbar, wieso nicht ein einziges Bild vom Waldviertler existieren soll. All dies sorgte bis heute dafür, dass dem Waldviertlerseer etwas Mysteriöses und Geheimnisvolles anhaftet. Tatsache ist, dass sich wenige persönliche Angaben über ihn finden lassen. Da viele seiner Visionen in einer fernen Zukunft liegen, die noch nicht eingetroffen ist, lässt sich aus heutiger Sicht nicht beurteilen, ob diese glaubwürdig sind oder nicht. Er sah nach eigener Darstellung auch ein schreckliches Untergangsszenario für die Stadt New York voraus. Was aber nichts mit dem Ereignis um 9-11 zu tun haben soll. In dieser Vision soll die gesamte Stadt fast dem Erdboden gleich gemacht werden. Darauf gehen wir im Teil 2 noch näher ein. Bei einem Besuch des Autors Wolfgang Johannes Beek, geboren 1925 bis im Jahre 2010, auf dem Hof des Waldviertlers in Österreich schilderte er dieser ihm folgende Szenario, während er ihm eine Maschinenhalle auf seinen Hof zeigte. Zitat aus der Beschreibung von Beek. Er zeigte mir hinter der Ausfahrt der Maschinenhalle, wo noch das gedroschene Rockenstroh lag, den schwachen Hügel, in den er den Bunker eingraben werde. Zitat Waldviertler. Nur die paar Leute, die in diesem Bunker sitzen, überleben. Und außerdem noch eine Handvoll Einwohner, die sich in einem Hohlweg am anderen Ende des Dorfes verkriechen. Er deutete es als Explosion von Neutronenbomben. Am vernichtendsten wirkt sich aber die Giftgase aus, die durch eine ungeheuerliche Eruption südlich von Prag frei werden. Er könne sich das, was er erblicke, nur als einen Riss in der Adrinde erklären. Er sehe ein grelles Blitzen. Dann fallen tausende von Teilen aus den Höhen, in denen sie hinaufgeschleudert worden waren, zurück auf die Erde. Dass es aussieht wie die niederhängenden Zweige eines gewaltigen Birkenbaums. Die Erschütterung sei so stark, dass die Erde unvorstellbar bebe. Der Waldviertler sagte dazu noch folgendes voraus. Einen Tag lang zittert und bebt die Erde. Man bilde sich nicht ein, dass irgendetwas stehen bleibt. Das Beben setzt spät am Abend ein und dauert bis zum nächsten Tag. Das diffuse Licht, das ich dann verbreite und die Vergiftung der Atmosphäre, hielten bedeutend länger als nur drei Tage lang an. Wer nach fünf oder sechs Tagen sein Versteck verlasse, trage noch immer bleibende Schäden davon. Vielleicht aber rühre die besonders lange Dauer der Vergiftung seiner engeren Heimat daher, dass die tödlichen Wolken nach Osten abgetrieben werden. Zitat Ende Mit dieser Schilderung, die in Teilen sich ja auch wieder mit den Visionen von Irlmayr annähert, kann nur die Visionen des gelben Strichs während eines möglichen Dritten Weltkriegs gemeint sein. In diesem Zusammenhang schilderte er dem Autor Beck gegenüber auch noch seine anderen Visionen über kriegerische Handlungen. Er betonte aber, dass es sich für eine Reihenfolge der von ihm vorausgesagten Ereignisse nicht verbürgen könne. Zitat Autor Beck Er zeigte mit ausgestreckten Armen auf die fernen Konturen der böhmischen Wälder und erzählte vom Dritten Weltkrieg. Er erläuterte noch einmal seine Einzelgeschichte, konnte sich aber, wie er betonte, für die Reihenfolge, in der sie eintreten, nicht verbürgen. Zitat aus den Visionen des Waldviertlers an den Autor Beck Er sah mehrere örtlich begrenzte Einzelkriege und kriegerische Einzelhandlungen, zum Beispiel in Jugoslawien und in Bulgarien oder die schon erwähnte Zerstörung New Yorks. Er sah einen Bürgerkrieg in Italien und in der Bundesrepublik, östlich vom Rhein. Auf dem Höhepunkt der italienischen Wirren marschierte der Russe durch Kärnten nach Italien. Zitat Ende Nach den Schilderungen von Beck sah der Waldviertler voraus, dass sich die USA zuerst an diesem Krieg nicht beteiligen würden. Erst später würden sie eingreifen. Zitat Beck zu angeblichen Waldviertler-Visionen Zitat Ende Dieser Darstellung seiner Vision zu der Rolle der USA am Kriegsgeschehen widersprach der Waldviertler jedoch im Rahmen eines Prophezeiungsforums im Jahre 2001 in München. Der Seher sagte dazu, dass er niemals den Einfall der Amerikaner nach Saudi-Arabien sowie eine Niederlage gegen die Russen dort gesehen und also Beck auch niemals davon erzählt habe. Diese Aussage wurde ihm von Beck aus unerfindlichen Gründen angehängt. Ob und inwieweit sich diese Darstellung mit den von ihm vorausgesagten Ereignissen deckt, lässt sich in dieser langen Zeit von unbeteiligter Seite schlecht als wahr oder unwahr einschätzen. An der Vita vom Waldviertler gibt es nach unseren Recherchen jedoch einige merkwürdige Umstände. Zum einen die Tatsache, dass der Waldviertler nach eigenem Bekunden gerne in der Öffentlichkeit anonym bleiben wollte und es von ihm aus nach unseren Recherchen kein Bild gab. Dann aber wiederum bei einem Prophezeiungsforum im Jahre 2001 in München persönlich anwesend. Auch der Umstand, dass er angibt, seine Visionen zwischen den geschätzten Jahren 1959 und 1976 gehabt zu haben und danach nicht mehr, wurde von keinem der Autoren, die er damals kontaktierte, nachvollziehbar erklärt. Es bleiben hierzu sowohl zur eigentlichen Identität des Seers als auch zu seinen Visionen viele Fragen für uns offen. Seine Visionen über einen Feuerregen der kosmischer Natur sein könnte, sowie seine Schauungen über Raketenangriffe der Russen und der Schilderung des gelben Strichs, ähneln in Teilen denen von anderen Sehern wie Alois Irlmeier. Darüber hinaus hatte er noch weitere sehr düstere Visionen über die Zerstörung New Yorks und einen Kriegsausbruch am Balkan sowie chinesische Truppen in Deutschland, die angeblich als Verbündete Deutschlands agieren würden. Die weiteren Zukunftsvisionen des Waldviertlers und wie ich es einschätze, weil im Großen und Ganzen lässt er sehr viel Spielraum für Spekulationen, das behandeln wir dann im Teil 2. Ihr könnt mir aber mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so von dem Waldviertler haltet und ob ihr das nicht auch irgendwie dubios findet, dass es nicht mal ein Bild von ihm gibt. Andersweitig beschreibt er den gelben Strich ja auch eigentlich ganz gut und dass man eben nicht nach drei Tagen rausgehen soll, im Gegensatz zu dem, wie der Alois Irlmeier das gesagt hat, sondern eben vier, fünf oder sechs oder gar noch ein bisschen länger daheim bleiben sollte, bevor man nach draußen geht, um eben keine Spätfolgen zu erhalten. Zumindest diejenigen, die im Osten von dem Strich aus wohnen. Das war's jetzt mit dem Video. Noch einen herzlichen Dank an die Kanalunterstützer. Und für alle gilt, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Servus, euer Maik. Das fühlt gut. Bis zum nächsten Mal.